hast du ein code für das tor weiß nicht ja haben wir ja ja Punition wäre nicht schlecht, wenn wir da mal was kriegen würden. Aber im nächsten Stadtteil Benzin holen. Nee, ich glaube, jetzt machen wir das nicht mehr. Wir müssen über den Code noch eingeben, aber... Ich muss ja jetzt erstmal hier reingehen. Mal gucken, wo die Bauch sind. Geht's gut? Ja? Entschuldigung, ich habe gerade Katze. Vorsicht, Vorsicht! Das war so nicht geplant. Na ja, die Schrotflinte hat geregelt. Aber ist das wirklich schön. Also das Level-Design ist echt sehr, 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 sehr toll. Der hat nicht nur eine zweite Futterluke. Der hat einen ganzen Kanal. Ich nehme das Rohr gleich mit. Ich nehme das Rohr mit. Wieso hat Dina die ganze Munition und gibt ihr nichts? Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben wir schon lange nicht mehr 420 gemacht oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. WLF. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Gehen wir weiter. Ja, weil Bots krasse Rechte haben. Wir haben Admin-Rechte. Hey, da ist ihr Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Das ist richtig. Ah, guck mal, wir haben noch den Revolver. Mit dem Revolver haben wir noch viel Schuss. Ja, so viel schießen müssen wir ja nicht. Wir haben ja erstmal noch eine Machete dabei. Was? Hier sind alle tot. Okay. Ja, ob das gut ist, ist die andere Frage. Oh, Pillen, Leute. Mhh. Yeah. Okay. Oh, warte. Und ab in den Achtenordner. Zettel Hype. Lies doch, Manu. Nee, ich will keine Notizen lesen. Aber du willst nicht, dass ich im Stream was vorlese. Glaub mir. Das möchtest du wirklich nicht. Nee, Hydro. Äh, Hydro. Jetzt habe ich drei Versuche. Du möchtest nicht, dass ich was vorlese. Möchtest du nicht. Glaub mir. Lass dir das von den Leuten sagen, die schon sehr, 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 sehr lange hier sind. Weil dann fragst du dich, wirklich, dann fragst du dich, wie ein 35-Jähriger so unterbemittelt sein kann und nicht mal vernünftig einen Satz vorlesen kann. Glaub mir, das möchtest du wirklich nicht. Was ist denn das hier für ein Ramon-Dickzimmer? Was ist denn hier passiert? He dead? Das war Tommy. Oh. Was? Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Okay. Scheiße. Hier drüben ist noch jemand. Abby? Nee, das ist nicht Abby. Was steht da? Den kenne ich nicht. 7-0. Nee, 7-3-0-2. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage, aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Tor-Code? Sieht so aus. Ach. Das ist ganz frisch, er. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Wir sammeln nur die Zettel, dass wir unsere Memoaren schreiben können am Ende. Wir schreiben nochmal unsere ganze Geschichte. Schreiben wir neu. Übrigens, ich hab gute Nachrichten. Das Lenkrad ist da. Und der neue Sitz ist da. Ich kann das morgen bei der Post abholen. Weil die Post gibt das jetzt nämlich nicht mehr bei meinen Nachbarn ab. Damit ich nämlich nicht einen scheiß verfickten Kasten Bier kaufen muss. Und dann fahr ich voller Vorfreude dahin und hol das Paket ab. Morgen. Jetzt fehlt nur noch das Alu-Zeug. Wenn wir Glück haben, nächste Woche wieder. Ähm, nee. Nee. Lass mal das nochmal grafen. Können wir nämlich noch ein bisschen, äh, Dings mitnehmen. Weiß nicht, ob wir das brauchen. Hier. Na? Habe ich euch vorhin schon gesagt. Hier kommen wir wieder raus. Also zumindest in meinem Kopf habe ich das gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es im Stream gesagt habe. Der Tommy hat so einiges getan, aber... Scheiße. Ich weiß. Alles in Ordnung? Schön war es nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie. Wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt. Ich hätte Schlimmeres getan. Kapiert. Maga, wenn... Also ich glaube, Rache ist echt ein starkes Gefühl. Ich habe das noch nie erlebt, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, Maga, wenn einer deinen Bruder tötet... Das sieht nicht so rosig aus, Junge. Da kommt aber die ganz andere dunkle Seite aus deinem Körper raus. Und gerade in so einer Zeit, wo es keine Gerichte gibt. Ich glaube, da kann man sich schwer im Zaum halten. Aber ich weiß das auch nicht. Ich habe davon keine Ahnung. Ich habe dieses Gefühl noch nie gehabt. Okay, dann mache ich den Generator an. Entschuldigung. Vorhin wolltest du, jetzt soll ich. Was ist das jetzt? Hab's. Und ich. Hab's. Auch. Hey, Margarita, hast du da ja... Wofür kann es das hin? Wollte ich gerade bei Donald Trump anrufen. Mit einer 20-stelligen Nummer. Du solltest vier Zahlen eingehen. Lass mich mal... Nee, lass mich mal aufs Hottie. Wir müssen rüberspringen. Also zwei sind schon mal weg. Wie viele waren denn da? Warte mal. Wir müssen irgendwo ein Lager aufschlagen. Vielleicht weiter oben. Dann haben wir das Gebiet im Blick. Klingt gut für mich. Abby und der Magger. Suchen wir ein offenes Gebäude. Die beiden. Vorzugsweise ohne Infizierte. Mel. Wie auch immer. Ich hab noch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Mh. Nein, danke. Ich glaub vier... Du solltest etwas essen. Switch Prime ist... Oh mein Gott. Was? Ich kling gerade wie meine Mutter. Ich brauch nichts. Ich hab sechs oder so viel noch. Ich glaub... Ich glaub sechs... An die so sechs Gesichter kann ich noch zusammen. Ja, sechs glaub ich fehlen noch. Dann suchen wir mal ein Plätzchen zum Schlafen. Ladies and Gentlemen, bereiten Sie sich vor. Heute Abend ist... Abflug! Was? What the fuck? Hab ich ja schock. Schnapp die andere! Verliert sie mich! Hab ich mich schon! Dina! Uff! Jetzt ist es vorbei, Chat. Mag er nicht noch das Pferd? Mag er nicht noch das Pferd? Hey, jetzt haben sie uns wirklich alles genommen. Joel und das Pferd auch noch dazu. Hätte nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Wie hast du uns gefunden? Hab nach einem Typen mit einer scheiß hässlichen Narbe gefragt. Sehr lustig. Wie viele sind noch hier? Hm? Nur ihr beide? Du kannst das nicht stoppen. Jordan! Du solltest nach der anderen Ausschau halten. Was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja. Dieses Mädchen war da. Was? Sie sind hinter uns her. Deshalb war nix so zugerichtet. Wir müssen sie zu Isaac bringen und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, tja, ich hab gerade mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag. Alle Eindringende töten. Wow, Moment, Moment. Das ist doch fälliger Schwachsinn. Das ist ein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Es ist scheißegal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mike. Es ist egal, wie viele es sind. Wir finden sie, wir töten sie. Kannst du nicht bitte einmal kurz dein Hirn einschalten und einfach... Dina! Tommi! 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 Okay, Tommi! Tommi, please! Tommi, please! Dina! Was muss ich machen? Dein Quick-Term-Event, please. Maka. Ey, Maka, jetzt tut mir wirklich leid. Ich hab auf diese romanze Scheiße keinen Bock. Aber wenn du Dina jetzt auch noch tötest, dann bist du aber ganz, 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 ganz scheiße dran, Alter. Ich fress dich wie... Okay, Babygirl, let's go. Let's go! Hab dich, mieser Mixer! So, und ich hoffe, du hast Munition fallen lassen, okay? Weil ich hab nämlich keine... Oh, was ist das denn? Sorry, Leute. Alles gut? Sorry, sorry. Falsch die Kasse. Jetzt schon. Ali. Ali. Wir sollten gehen. Bestimmt hat jemand die Schüsse gehört. Schau mal. Sie gehört zu Ihnen. Na los, sieh dir den später an. War da ein TV-Sender auf der Karte? Ich hab keine Ahnung. Komm, fack Ali. Er wird weg. Geh aus, noch. Mach sie nieder! Ey! Emma! Weißer! Oma! Oma? Okay, pass auf. Hallo! Oh shit, sie fällt nicht drauf rein. Ich hab gedacht, sie fällt drauf rein, Chad, aber es hat nicht geklaut. Ich hab gedacht, wir können die Karriere austricken. Scheiße, wir müssen hier raus. Ich hab wirklich gedacht, wir können die Karriere austricken. Hey! Okay, es war ein Versuch wert, okay? Es war ein Versuch wert. Gibt's hier überhaupt irgendwo Munition? Wieso haben wir die? Welche? Bam! Dina? Küsschen aufs Nüsschen. Danke. Natürlich hab ich daneben geworfen, Freaky. Aber ich versuch das zu tarnen, dass ich nicht aussehe wie der allerletzte Bleppo. Money! Was hab ich gesagt? Es gibt viel Munition? Wir haben fast nichts an Munition. Hier, da! Weiter! Oh oh. Oh oh. Komm von der Seite! Erledigt! Festnageln! Erwischt! Super! Hey, 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 hey! Hey! Halt, Stopp! Jetzt musst du mir erst ein Pflaster drauf machen. Moment! Na los! In Ordnung! Hey! Hier drüben! Links von dir! Oh, was? Wir machen es fertig! Hey, fang! Oh! Oh! Okay! Scheißegal! Hauptsinn sind tot! Weil so läuft Rache! Hey, bei John Wick wurde der Hund getötet. John Wick hat einfach alles danach niedergemacht. So, wen interessiert das, wer das ist? Das Wichtigste ist am Ende, dass Abby weg ist. So, alle anderen sind halt, ich sag mal, jetzt halt, naja. Boah! Wo gehobelt wird, da fällt auch Späne. Sag man immer so schön. Bisschen Schwund ist halt immer da. Ne? Und ich sag mal so. Wir sind ja auf einem guten Kurs. Ich mein, das Pferd, hallo? Wir haben Schimmel verloren. Ich glaub, er hieß Schimmel. Ich hab auch den Namen schon wieder verloren. Leider haben Dina und Ellie zu viel über ihre Romanze gesprochen. Und zu wenig übers Pferd. Ich bin leider emotional nicht an das Pferd gebunden. Aber trotzdem, das Pferd ist tot. Schimmel ist tot, Chad. Sofort alle hier runterkommen! Toll, mehr von denen. Fuck, woher kamen diese Schüsse? Weiß nicht. Durchsuch den Hof. Du, übernimm die Cafeteria. Ich bleibe hier. Okay. Mein Gott, wo ist denn der Dude jetzt hin? Hä? Oh, lol. Wer ist da? Oh, Mann! Nein! Oh, Mann! Das tut doch, Mann! Du, blöde Sau! Was ist los? Da oben! Technisches Time Out! Ich muss mich heilen. Hey, Ellie! Rechts von uns! Wir haben sie in der Falle! Wir haben sie in der Falle! Hier drüben! Fuck, ich hab keine Munition! Mann, ich hab mich gerade! Ich hab gerade geheilt. Ich hab mich gerade geheilt. Au, ey! Alli! Oh! Moment! Pause, ich hab mich gerade! Okay, Chad, jetzt machen wir es nochmal. Aber diesmal richtig. Ich weiß, dass du da bist! Oh, ey! Gefunden! Das kann ich auch! Wir flenken! Yes! Oh Gott, aua! Yes! Also Gameplay-technisch bin ich ja ein Ass! Ein richtiges Ass! Oh, hier sind Pillen! Nice! Ein Ast! Nee, ein Ass! Ein Ast! Ich habe nicht vergessen, der Controller ist fast leer. Ja, das reicht noch für heute. Ich bin immer so großkotzig. Reicht noch. Ich weiß nämlich nicht, ob die anderen funktionieren. Ich bin immer so gut vorbereitet. Ist das Solarzellen? Oh ja, tatsächlich. Krass. Aber sehr modern. Alle haben, äh... Was heißt alle? Aber viele haben Solarzellen. Seht dir das mal an. Was denn? Meinst du? Scheiß auf die Wolves! Klau ihr Zeug! Was ich jetzt gerade... Was denn? Wie sieht's aus? Ist da was? Nein! Der Toll! Allee! Walter! Hallo? Äh, warum? Wenn wir die nicht einfach schieben? Adriens Patrouille. Ha! Hey! Ihr zwei! Der Eindringling ist weg! Was? Hast du was gesehen? Nein! Sichert das Dach. Ich suche hier drüben. Sicher, dass sie nicht auf der Straße ist? Habt ihr nachgesehen? Wie kommt sie da runter? Keine Ahnung. Wurde das gemeldet? Strack ist zum Capitol Hill. Er müsste jeden Moment mit den Typen zurück sein. Ich hab ne Idee, Chad. Wo sind denn alle? Ist da unten irgendwas? Hier ist niemand. Ich hab kein gutes Gefühl. Na los, wir checken das. Du kannst mich gar nicht sehen. Oh nein. Ich hab doch ne Idee. Ich hab... Mann. Wo ist denn der andere jetzt? Ich hab ne Idee. Oh, scheiße. Das geht nicht. Schade. Oh Gott. Wieso kommt die denn? Ey! Das war leise! Das war... Ey! Ich hab extra leise gemacht. Ich find's cool, dass sie Namen haben, by the way. Also, dass sie mit Namen angesprochen werden. Okay, hier kommt der... Hier kommt der Zauberflake! Was ich eigentlich machen wollte, ich wollte ihm hinten die... Äh, die... Wie sagt man denn? Die Sehnen durchschneiden, dass er einfach vorne umkippt. Aber scheinbar funktioniert das nicht. Wär witzig gewesen. Ich mag die neuen Spielmechaniken. Die sind echt gut. Das ist erfrischend. Wie viele Pillen haben wir eigentlich mittlerweile? Mh, 93. Was macht das denn? Erhöht die maximale Gesundheit um 25%. Herstellungsgeschwindigkeit. Oh! Das brauchen wir auf jeden Fall. Yes! Das kostet 40. Okay. Upgraden wäre man nicht verkehrt. Wieder. Ellie, warum stöhnst du eigentlich so? Fuck. Was ist hiermit? Versuchen wir's. Ja! Gute Idee. Gute Idee. Oh-oh. Na los! Rein da! Ist das Abby? Wir müssen aus dieser Schule raus. Sofort. Irgendwie müssen wir zur Straße runterkommen. Okay. Oh, ging fast der Leben. Das ging fast daneben. Oh Gott, Mann! Ich hätte auch keinen trockener, Chat. Bin ich ganz ehrlich. Das ist noch so ein Ding, das würde ich feiern. Aber ich habe Angst, die zu stapeln. Die Amis sind immer mega crazy. Die bauen ja halbe Waschtürme. Dasauen Sie mir manchmal ходit. Aber es ist noch so ein Ding. Og immer ranierte. Ich danke dir.